Lass uns Corona jagen. Dem Spruch, hm, den hab ich wohl vergessen. Was soll ich jetzt sagen? Alles, was ich brauche, ist ne Information. Hast du die oder nicht? Hallo? Was soll ich sagen? Was muss ich jetzt tun? Wo ist dieser Ipvel-Ei? Wo ist er? Unmöglich, so nicht. Hm, das ist ja toll. Dann werde ich mal suchen. Halt, Fremder! Ich bin Lothar. Paladin des Königs und... Nee, nee, lass mal, kein Interesse. Route zu Ipvel-Ei wird berechnet. Endlich hab ich dich gefunden. Hey, du, wo gehst du hin? Komm rein! Und du wirst erleben, wovon andere nicht mal träumen können. Vielleicht später. Sie haben ihr Ziel erreicht. Hier steckst du also. Hey, du! Keine Pause, hä? Wolltest du nicht besser auf Sklaven aufpassen oder sowas? Lass mich schlafen, Mora. Du bist selber ein stinkender Mora. Ach, lass mich doch in Ruhe schlafen. Beweg deinen Arsch, sonst mach ich dir Beine. Ich brauche mal einen kräftigen Schluck aus der Schnapsflasche. Hier, trink einen auf mein Wohl. Ganz schön schwer, das Zeug. Du wirst es überleben. Geh wieder an die Arbeit oder ich mache Meldungen bei deinem Vorgesetzten. Ist das dein Ernst? Wann lässt du mich kämpfen? Als wenn das so einfach wäre. Da hängt ein riesiger Rattenschwanz dran. Meine Jungs arbeiten nicht produktiv. Der eine will vor allem saufen. Der andere macht sich Gedanken um eine Pause. Von jetzt an wirst du deine schmutzigen Geschäfte einstellen und im Sinne der Gemeinschaft handeln. Sonst komme ich zurück. Dann hau ich dir volles Pfund aufs Maul. Na schön. Wenn das mal gut geht. Hört sich doch gut an. Nicht für mich. Und wir haben jetzt Wichtigeres zu tun. Los jetzt, beweg deinen Arsch. Was denn? Jetzt sofort? Sag mal, willst du mich verarschen? Jetzt lauf schon, du Idiot. Ja, ja. Hätte ich mir ja denken können. Na also, geht doch. Das kann ich nicht lesen. Soll ich dir beibringen, sie zu lesen? Also, es ist ganz einfach. Ein G ist ein O, ein T ist ein H und ein I ist ein C. Wenn du das mal kapiert hast, ist der Rest eigentlich logisch. Verstehe. Ich mache erst mal Pause. Kannst du mir auch was erzählen, was ich noch nicht weiß? Ha! Das höre ich fast jeden Tag ehrwürdiger. Wie? Das war's jetzt? Wenn ich helfen kann, tue ich das natürlich auch heute noch. Aber meistens habe ich meine eigenen Probleme und kaum noch Zeit für andere Dinge. Wie lange wirst du dafür brauchen? Ich muss darüber nachdenken. Ha! Ha! Ha!